Das Wochenende ist rum und es geht schon wieder los an den Märkten und zwar mit Spannung. Und ihr wisst es, ihr habt es gesehen, ich habe ein übergeordnetes Video am Wochenende gebracht, das ihr ja im YouTube-Kanal bei Finanzmarktwelt.de sehen konntet. Ich habe die Links teilweise verschickt. Also ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Deshalb macht es gar nicht so sehr viel Sinn jetzt über die Indizes, denn da hat sich in den letzten Minuten auch noch nicht so wirklich viel ergeben oder in den letzten Stunden noch ist der Markt da scheinbar nach oben unterwegs. Spannend fand ich allerdings noch zwei andere Sachen. Die hatte ich ebenfalls am Wochenende in einem größeren Update gebracht, nämlich die Energiemärkte und Gold. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Allerdings ist das in Englisch und da ich weiß, dass einige sich damit sehr schwer tun, obwohl es eigentlich alleine aufgrund meiner Grafiken recht einfach ist, das nachzuvollziehen, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein kleines Update am Nachmittag eher jetzt zu diesen Märkten. So, dann haben wir eine spannende Situation hier aktuell beim Crude Oil. Ich hatte eben gerade noch eine Diskussion mit einem befreundeten, langjährig befreundeten Händler und da haben wir noch drüber gesprochen, dass es ja nicht nur spannend ist zu hören aus politischer Sicht, was jetzt mit den Rubelzahlungen ist und wenn ich das richtig gehört habe, die G7-Staaten haben ja schon gesagt, da machen wir so nicht mit. Aber es gibt durchaus international ein Anzeichen dafür, dass sich mehr und mehr Länder auch abkehren von der reinen US-Dollar-Geschichte, nicht zwangsweise vom US-Dollar, aber eben auch willens in anderen Währungen sowas zu bezahlen und sich da also nicht jetzt dem, ich sage mal vorsichtig, dem amerikanischen Diktat, ich sage das mal wertungsfrei, aber dazu unterziehen. Was hat das für eine Auswirkung für die Future-Kontrakte, also sprich für die Absicherungsinstrumente, die es eben gibt gegen US-Dollar? Das ist jetzt hier WTI oder ganz konkret, in dem Fall ist es CL, das ist der entsprechende Future-Kontrakt, das was die Profis sozusagen damit handeln und was sie bewegen, wenn es darum geht, das gegen US-Dollar abzusichern und der Markt kommt im Moment nach unten. Ich will in diesem Video gar nicht so sehr auf die fundamentale Geschichte eingehen, fand den Gedankengang allerdings recht spannend, darüber mal nachzudenken, was das bedeuten wird für die Märkte, wenn da das Volumen rausgeht aus diesen Märkten, weil eben die Leute sagen, es bringt ja nichts, es ist gegen US-Dollar absicher, ich trade das ja ganz anders. Also auch das nochmal ein sehr spannendes Moment und das Volumen ist wohl schon deutlich eingebrochen im Verhältnis zu sonstig. Ich muss gestehen, ich habe es gar nicht im Blick, wir können das mal gemeinsam hier gucken, ich bin nämlich gar nicht so der Volumenfreund. Ja, zumindest haben wir keine sehr hohen Volumen im Verhältnis zu dem, was wir vorher hatten in der Zeit eher unterdurchschnittlich das Ganze, also schon in den letzten Tagen hier deutlich, deutlich weniger, werden wir mal gucken, was das Ganze, naja, noch an Folgewirkung mitbringt. Wir bleiben aber mal kurz charttechnisch, denn wir haben tatsächlich eine Entwicklung, vielleicht habt ihr das Wochenendvideo gesehen und da habe ich gesagt, wenn es so in etwa aussehen würde, das ist aber noch ein paar Stunden her, da lag das noch ungefähr, sah es, glaube ich, in etwa so aus. Also wenn, sprich, so eine Anschlussbewegung hier, so eine wackelige Gegenbewegung hier passiert, das wäre eigentlich klasse und wir in diese Kiste reinlaufen, gerne irgendwelche Fibulevels ansteuern, dann wäre das hoch, das sich dann hier vielleicht ergibt, ja, ein möglicher Trigger. Jetzt gucken wir mal auf die aktuelle Situation, da stehen wir jetzt, das heißt, wir haben mehr oder weniger sowas bekommen und damit bürte sich tatsächlich an dem Zwischenhoch hier ein Einstieg an. So, damit bin ich mal überraschend konkret, für viele zumindest mal überraschend. Wer mich bei Born for Trading verfolgt, der weiß, dass wir permanent Trading-Ideen mit ganz konkreten Einstiegsmarken auch ausgeben. Aber jetzt haben wir doch schon mehr oder weniger zwei Bedingungen, nämlich Bedingung Nummer eins, die ich immer schick finde, ich brauche eine starke Bewegung. Die letzte starke war wohl eher aufwärts, dann brauchen wir etwas, was typischerweise korrektiv aussieht, nämlich dreiwellig ist sehr häufig korrektiv eben oder wie wild wackelnd. Das wäre das andere Argument, ich mache es mal größer, dann könnt ihr das noch ein bisschen besser sehen. Wie wild wackelnd, das wäre ungefähr so etwas, das irgendwie in dieser Art aussieht. Das ist in dem Fall wahrscheinlich nicht der Fall, also wir haben wohl eher die ABC-Geschichte und wir sind tief genug in diesen Bereich reingefallen, sodass wir sagen, diese Korrektur ist hinreichend groß, um diesen Aufwärtsarm korrigiert zu haben. Jetzt brauchen wir nur noch die dritte Bedingung, nämlich, dass diese Korrektur zu Ende ist und das kann man jetzt erahnen oder schätzen oder wie auch immer, dass das hier jetzt passiert. Das heißt, man kauft jetzt einfach zum aktuellen Preis, das ist etwas, was ich persönlich überhaupt nicht mag, wäre aber eine denkbare Variante. Eine Bestätigung wäre, wenn wir nicht mehr fallende, hochsfallende Tiefs haben, sprich, wenn wir dieses Zwischenhoch hier nach oben durchstoßen und danach in der Erwartungshaltung, dass das, was wir hier vorne in etwa hatten, also diese Bewegung hier von der Größe, dass wir das in etwa nochmal bekommen. Das heißt, Einstiegspunkt wäre an dieser Stelle und die Mindestzielerwartung, die klassische Mindestzielerwartung ist ungefähr 100 Prozent. Das wäre dann also ungefähr bei 127, falls das Tief hier bliebe. Es ist aber denkbar, dass der Kurs noch weiter runter geht und jetzt kommt ein ganz spannender Gedanke dazu. Wenn er weiter runter geht in dieser Form, spätestens wenn er die 78,6 durchstößt, ist diese Idee statistisch gesehen wieder deutlich weniger spannend. Also, dass so etwas passiert, ist statistisch gesehen nicht unmöglich, aber dafür liegen die Wahrscheinlichkeiten eigentlich nur noch so um die, wie viel sind es, zwischen 5 und 10 Prozent. Das Ganze kann man auch hier mal so ein bisschen sich darstellen lassen. Nehmen wir mal an, es ist ein Zigzag, was wir hier nach oben haben, also sprich sowas. Das haben wir gesehen, da sind wir gerade aktuell und der Kurs bringt anschließend das nochmal. Ist ja die Frage, wie lang ist denn das Ding hier, die C-Welle, die dritte Welle. Da können wir mal ganz grob gucken, hier, ich bleibe mal in der Equities-Kurve, das ist nicht so riesenunterschiedlich, da gibt es noch ein bisschen Feintuning, aber bleiben wir mal in dieser Kurve, dann sehen wir schon, die dritte Welle zur ersten, also wie weit geht das nochmal, dann sehen wir, dass es gerne eben diese 100 Prozent sind, manchmal ein bisschen früher, nicht die Höhe ist entscheidend, sondern die Fläche, also 100 Prozent, wenn wir da die Fläche abschneiden, haben wir immer noch mehr Fläche rechts davon, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass 100 erreicht wird, als dass die nicht erreicht wird. Und jetzt die Frage, wie weit ist dieser Rücksetzer? Wir hatten ja überlegt, wenn der Kurs jetzt hier runter geht, unter die 78, wie wahrscheinlich ist da noch ein Anstieg? Das kann man ungefähr hier ablesen, die zweite Welle zur ersten, wie weit geht die runter und 78 ist hier. Das heißt nur die Fläche rechts von dem Pfeil, den ich jetzt gerade bewege, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das noch ein Zigzag ist und das ist halt relativ gering. Diese Fläche repräsentiert 20 Prozent. Ich habe sogar in meinem YouTube-Kanal ein Erklärvideo zu diesen Kurven. Wen das interessiert, einfach mal googeln, habt ihr bestimmt schon gefunden. Da könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen. Worauf ich hinaus will ist, dass es nicht jetzt einfach irgendwie, ja, der alte Mann ohne Haare, der hat sich was aus den Fingern gesaugt. Nein, das ist durchaus mit einem statistischen Basisgedanken dahinter, dass man sagen kann, okay, die Wahrscheinlichkeiten nehmen dann halt ab. Aber ihr seht schon, sie ist ja nicht null. Das heißt, auch dann kann das noch passieren, aber statistisch gesehen ist es nicht vernünftig, dann zu sagen, ah, ganz klar. Für mich gilt also, wenn der Kurs hier drunter fallen würde, wäre die Aufwärtsseite nicht mehr relevant. Alles, was so in dieser blauen Kiste verbleibt, also ich sage mal bis 102, notfalls 101 noch runter geht, wäre noch für mich in Ordnung. Aber es gibt einen zweiten wichtigen Aspekt, nämlich, dass wenn diese Geschichte jetzt hier die Verlängerung hier hinten nochmal kommt, das ist in etwa meine Gewinnseite, die ich dann habe, nämlich wenn mein Einstieg hier ist, das heißt, ich würde 14 Dollar gewinnen und meine Verlustseite wäre ja vereinfacht auf dieses Tief gesehen, das heißt, ich würde 9, 9,5 in etwa verlieren. Ein bisschen mehr, ich habe hier ein bisschen geschummelt, weil der Einstieg liegt ja leicht oberhalb. Sagen wir 10 würde ich verlieren. Das heißt, ich habe ein Chance-Risiko-Verhältnis von ungefähr 1,4 zu 1. Finde ich nicht ganz optimal. Es ist okay, man kann das handeln. Warum ist das nicht optimal? Wir haben gerade eben von Wahrscheinlichkeiten gesprochen und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja nicht 100%. Sie ist halt recht hoch, dass das passiert. Also insofern, ja, das ist schon in Ordnung, aber leider liegt sie nicht bei 100%. Und nehmen wir mal an, wir würden, machen wir noch mal ein Beispiel, 50-50 Chance haben. Dann würden wir einmal 10 Dollar verlieren und einmal 14 gewinnen. Das heißt, wir hätten 4 insgesamt aus 2 Trades gewonnen. Ein bisschen übersichtlich. Das heißt, meine Trefferquote sollte schon deutlich über 50% liegen, dass ich das noch gut finde. Liegt sie bei 70%, bei 80%, muss ich mir sowieso keine Sorgen machen, weil alles über 50% gibt mir ja schon einen Gewinn. Aber ihr seht in etwa, wo das Problem ist, je schlechter dieses Verhältnis, desto höher muss die Trefferquote sein. Und das Doofe ist, die Trefferquote kann ich im Vorhinein für diesen einzelnen konkreten Trade natürlich relativ schwierig vorherbestimmen. Deshalb, je besser dieses CRV ist, desto besser. Und hier finde ich es noch nicht ganz so gut. Was kann man tun? Man kann natürlich sagen, naja gut, aber so schlecht ist es nicht, ich mache den Trade trotzdem. Eine zweite Alternative, dass wir nicht nur im 4-Stunden-Chart gucken, sondern eben vielleicht 15 Minuten, ob wir hier einen starken Anstieg bekommen und auf der kleineren Ebene, im Prinzip genau das Gleiche, auf der kleineren Ebene quasi dann den Einstieg suchen. Dann ist unser Stopp natürlich um ein Vielfaches enger, aber unsere Gewinnenseite ist ja dann trotzdem bis da oben. Dann nehmen wir mal an, der Kurs läuft, dann rechnen wir ja auch, dass der Kurs bis da hoch läuft. Vereinfacht gesprochen haben wir dann auf einmal ein deutlich besseres CRV und eine viel spannendere Situation. Ja, und wenn der Kurs jetzt nicht dreht, ja, wenn er nicht dreht, kriegen wir ja weder das, noch dass wir hier im Bereich dieser Marke getriggert werden, sind wir eh nicht mit dabei. Ja, aber Short wäre doch dann gut gewesen, richtig. Aber dieses Szenario aktuell ist für Short nicht so schön. Das kann man dann aber eventuell im 15-Minuten-Chart sehen. Hier habe ich übrigens bewusst noch mal drin gelassen, eine Zeichnung, die ich hier hatte, den brauchen wir nicht unbedingt, glaube ich, den auch nicht. Das ist jetzt gekommen, weil ich hier neue Daten dazu habe, dann staucht er das so ein bisschen zusammen. Ich hatte hier schon ein bisschen vermutet, ist das ein Fünfweller? Und wenn er hier wackelig runterkommt, dann die Fortsetzung. Im Prinzip hier wäre das, das kleine Pendant zu dem, was wir hier hatten. Aber ihr seht schon, das ist ja nicht gekommen. Der Kurs ist ja steil runter, also bot er keine Möglichkeit für einen Long-Einstieg. Und an manchen Stellen hat man vielleicht eher den Eindruck, dass es wackelig in die Richtung geht, weshalb man eher wohl davon ausgehen konnte, okay, wohl eher eine Fortsetzung vorläufig noch mal nach unten. Also für mich als auch kürzerfristig orientierter, ich achte da drauf, was wir hier bekommen, wenn der Kurs hier ein bisschen wackelig hochkommt, längst noch kein Kauf. Wenn der Kurs hier tatsächlich mal steiler hochkommt, wackeliger runter, dann haben wir die gleiche Situation wie hier. Aber dadurch, dass wir von klein auf, also von kleinem Pattern aufs Große handeln können, ein sehr schönes CRV. Und das ist etwas, was für uns Händler sehr wichtig ist, da wir nie wissen, ob wir richtig liegen. Ich habe häufig den Eindruck, dass Menschen, auch gerade die diese Videos gucken, denken, naja, der wird ja jetzt wissen, was passiert als nächstes. Nein, das wissen wir nicht. Wir können höchstens einschätzen, sind die Chancen dafür besser oder schlechter, wie das geht, habe ich so ein bisschen angedeutet mit diesen roten Kurven. Der Rest ist einfach die, sagen wir mal, Strategie, die wir aufbauen, indem wir das CRV so hinsetzen, dass es, sagen wir mal, dieser Logik entspricht. So, jetzt habe ich euch was ganz Konkretes oder relativ Konkretes bei Crude Oil gegeben. Natürlich nicht jetzt mit der exakten Marke. Diese hier, das Zwischenhoch, was wir hatten, wann war das Zwischenhoch? Am 25. in etwa, könntet ihr ja mal im Hinterkopf behalten. CRV nicht ganz super, aber messt es mal. Wir wissen ja noch nicht genau, wo das Tief hier unten liegt. Und wer willens und in der Lage ist, auf kleinerer Zeitebene mal zu gucken, schaut mal, ob wir vielleicht das hier bekommen. Dann kann man auf der kleinen Ebene diesen Trade starten, allerdings mit Erwartungshaltung, dass wir sogar weiter nach oben gehen. Das ist nicht Pflicht, dass das passiert, aber die Chancen stehen gut und das Chance-Risiko-Verhältnis wären sehr gut. In diesem Sinne, mit dieser Idee mal zum Rohölmarkt. Euch alles Gute und liebe Grüße.